Hallo, heute geht es um ein wirklich besonderes Thema, nämlich das Jahr 2019. Das Jahr 2019, wir sind gerade dabei, dieses Jahr langsam hinter uns zu lassen. Erstens ist es schon dabei, zu Ende zu gehen, 2019, und ich möchte von 2019 einen Rückblick machen, einen Rückblick in die Geschichte, die deutsche Geschichte, was war vor 20, 30, 40 Jahren und so weiter. Und wir werden feststellen, dass das Jahr 2019 ein ganz bemerkenswertes, außergewöhnliches Jahr ist, ein Jahr, was anders ist und wo ich glaube, dass wir in etwas Neues hineingehen. Nun, du kannst natürlich sagen, ja, was hat es denn da schon doll mit auf sich? Ich möchte dich auf diese kleine Reise mitnehmen und du wirst schon sehen, da steckt was drin. Bevor wir losgehen, zwei Sachen, die mir sehr wichtig sind, und zwar möchte ich zwei Zahlen mit euch betrachten. Die werden uns mehrfach begegnen, und zwar ist das die Zahl 40 und die Zahl 70. Das sind Zahlen, die in der Bibel uns immer wieder begegnen. Und die markantesten Punkte sind natürlich die 40 Jahre Wüstenwanderung, wo Israel 40 Jahre durch diese Wüste gelaufen ist, aufgrund von Ungehorsam, Rebellion, Murren gegen Gott. Und irgendwann war es so weit, dass Gott gesagt hat, okay, das, was ihr proklamiert habt, das, was ihr über euch ausgesprochen habt, fast wie eine Selbstverfluchung, das wird jetzt Realität werden. Ja, ihr habt gesagt, ihr werdet in der Wüste sterben, so soll es sein. Und der Punkt war, dass sie dann eben die ganze Generation in der Wüste erst sterben musste, bevor sie dann in der Lage waren, dass die nächste Generation das Land einnehmen konnte. Das war die Wüstenwanderung mit den 40 Jahren. Das heißt, ein Zeitraum, der durchschritten werden musste, aufgrund von Sünde, von Ungehorsam, und danach Neuanfang, Landeinnahme, etwas völlig Neues. So, der zweite bemerkenswerte Zeitraum ist natürlich 70. Und das sind die 70 Jahre babylonische Gefangenschaft, die uns natürlich als erstes in den Sinn kommen. 70 Jahre. Und das ist eine ganz ähnliche Story. Ungehorsam, Sünde gegen Gott. Und das ist wie eine Strafe, wie eine Phase, die ebenso durchschritten werden muss, bevor es dann von da ausgehend auch wieder einen Neuanfang gibt. Einen Neuanfang, wo es darum geht, dass das Volk wieder zurückkommt ins Erbteil, ins verheißene Land, in das, was Gott für sie verheißen hat. Und Neues beginnt. Ebenfalls diese Phase, die zu durchschreiten ist, bevor Neues beginnen könnte. 70 und 40 stehen also in erster Linie für Zeiträume, die zu durchgehen sind, zu durchleiden sind von mir aus, um hineinzugehen in etwas Neues, was Gott vorgesehen hat. 40 und 70. Okay, schauen wir uns mal diese 70 ein bisschen näher an. Im Prophetischen steht 70 für Fülle und Vollendung. Fülle und Vollendung. Im Alten Bund finden wir beispielsweise die 70 Ältesten zur Zeit von Mose, die das Volk unter ihm geführt haben. 70 Leute, die die administrativen Aufgaben hatten, ihm geholfen haben, das Volk zu leiten. Und der Sanhedrin, der Sanhedrin, also der in der Bibel, die schreibt vom Hohen Rat, der Hohe Rat, der bezog seine Autorität von diesen 70 Ältesten. Die haben gesagt, wir sind 70 Leiter in Israel und das war sozusagen Gerechtfertigung. Der Sanhedrin, der Hohe Rat, basierend auf diesen 70 Leuten hier, die unter Mose gearbeitet haben. Und bemerkenswert ist, dass Jesus auch 70 Jünger hatte, die er aussendet. Die er ausgesandt hat und zwar in die Orte, wo er anschließend hingehen wollte. Wir allen kennen die zwölf Jünger, aber eben, die berichtet auch die Bibel, dass es 70 Jünger gab, die Jesus ausgesandt hat, beziehungsweise 72. Genau in die Orte, in die er kommen wollte. Und dann sagt die Bibel uns in 5. Mose 32, dass 70 der Zahl der Nachkommen Jakobs entspricht. Also etwas, was für Israel sehr relevant war. Dann natürlich die Herrschaft des Babylonischen Reiches, ich hatte es schon gesprochen, geht zu Ende. Und Israel wird eben frei, beziehungsweise diejenigen, die in der babylonischen Gefangenschaft waren, konnten wieder sich auf den Weg machen zurück in ihr Heimatland. Außerdem gibt es ein Gerichtswort über Tyrus, wovon 70 Jahren die Rede ist, in Jesaja 23. Wir kennen vielleicht auch diese 70 Jahrwochen bei Daniel, die als heilsgeschichtliche, prophetische Zeitspanne erwähnt sind. Und noch was, 70 ist eine Zahl, die für die Welt steht, also die Welt, die Schöpfung. Weil gemäß dem alttestamentlichen Verständnis, da gibt es eine Völkertafel in 1. Mose 10. Und da sind 70 Völker, 70 Benennungen, sag ich mal, aufgeführt, plus die drei Stammväter Israels. Und deshalb steht 70 für Rabbiner und so weiter, fürs ganze Alte Testament, als für die gesamte Welt. Das sind alle Sprachen der Welt. 70 repräsentiert die Welt, zumal im Hebräischen die Bezeichnung Völker der Welt als Zahlenwert 70 hat. Also 70 steht für die gesamte Welt. So, und wenn wir uns dann mit der 70 beschäftigen, wie schon gesagt, ist die babylonische Gefangenschaft natürlich der markanteste Punkt. Der markanteste Punkt. Und bei allem, was an, die Bibel uns berichtet, was an Sünde da war, was an Problemen da war, was an Schwierigkeiten da war. Du siehst ja im Alten Testament immer dieses gute König, böser König, Demer, ja, immer Abfall und dann wieder, ich sag mal, Erweckung. Und dieses Dauernde auf und ab. Und zum Ende hin war es wirklich so, dass ein übler König dem anderen folgte und letztlich dann eben dieses Gericht kam. Und im Jahre 587 wurde eben Jerusalem erobert unter Nebukadnezar, der Tempel, zerstört. Was eine unermessliche Tragödie war für Israel, die wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können. Der Tempel wurde zerstört. Der Tempel wurde zerstört. Für uns ist das geschichtlich so, naja, das wurde halt zerstört. Aber diese Tragödie für das Verständnis auch Gottes, für die Religion, für das Judentum überhaupt, ja, war gigantisch katastrophal. Der Tempel war zerstört worden. Das Heiligtum, das Wichtigste, das zentrale Punkt, ja, war damit das Judentum erledigt, war damit die messianische Verheißung erledigt. Was war das? Eine sagenhaft traumatische Erlebnis eben für das Südreich Judah, ja, wo also in erster Linie eben die Nachkommen vom Stamm Judah, sprich die Juden, lebten. Und eben aber auch der Stamm Benjamin, die Leviten, sehr viele und auch andere aus den ganzen anderen Stämmen Israels, die dort eben in diesem Südreich sich angesiedelt hatten. Gut, und wir haben eben diesen Fall Jerusalems unter Nebukadnezar. Das Interessante, wenn wir uns damit beschäftigen, ist, es gibt einen Grund, der in der Regel übersehen wird für diese 70 Jahre Gefangenschaft. Nämlich, wenn wir uns das genau anschauen, haben wir Folgendes. Von 1079 bis zur Zerstörung sind es knapp 490 Jahre. Was war denn 1079? Da begann in Israel das Königtum. Das war die Herrschaft von Saul. Sie begann und ab dann war eben Saul, David, Salomo und dann diese ganzen Herrscher, die ihm folgten. Und bis zur Zerstörung waren es knapp 490 Jahre. 490 Jahre. Die Bibel berichtet, dass während dieser gesamten Zeit kein Schmitterjahr gehalten worden ist. Nun, was ist das Schmitterjahr? Das Schmitterjahr ist das Schabbatjahr, was jedes siebte Jahr gehalten werden sollte. So wie der Schabbat zu halten war, so sollte jedes siebte Jahr ein besonderes Jahr sein. Ein Schmitterjahr, wo bestimmte Sachen nicht gemacht werden durften hinsichtlich Ernte und Schulden erlassen werden und all solche Sachen. Sehr interessant. Und dieses Schmitterjahr, so berichtet uns das Alte Testament, ist nicht gehalten worden. Ist nicht berücksichtigt worden. Wir lesen in 2. Chronik 36, damit erfüllt würde das Wort Jahwes durch den Mund Jeremias, bis das Land seine Sabbate ersetzt bekam. All die Tage seiner Verwüstung hatte es Ruhe, bis 70 Jahre voll waren. So, wenn du 490 nimmst und du teilst es durch sieben, dann hast du genau 70 Jahre. Diese 70 Jahre babylonische Gefangenschaft waren sozusagen die Zeit, wo die Schmitter nachgeholt werden konnten. Das Land lag 70 Jahre lang mehr oder weniger brach. Eine ganz eigentümliche Geschichte. Das Nichtbefolgen des Schabbatjahres, des Schmitterjahres, war einer der Punkte, der zur babylonischen Gefangenschaft führte. Siebenmal 70 Schmitterjahre, was eben dann sich in diesen 70-jährigen, Gefangenschaft aus, ja, entwickelte. So, und nach dem Ablauf dieser Zeit kam es dazu, dass aus der babylonischen Gefangenschaft sie in verschiedenen Etappen wieder zurückkommen konnten in ihr verheißenes Land. Und wenn du im Alten Testament liest, so siehst du, dass sie auch in verschiedenen Etappen nach Babylon verschleppt worden sind. Und ein Punkt, der interessant ist, ist, in Babylon gab es eine Prozessionsstraße und in dieser Prozessionsstraße gab es ein sehr, sehr berühmtes Tor. Das Ischta-Tor. Das Ischta-Tor, ja. Und dieses Ischta-Tor in Babylon, so sagt man, war das, wo das Volk, wo die Juden hineingeführt wurden in die Gefangenschaft, sozusagen im Triumphzug. Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört. Unvorstellbar Notsituation, traumatisch. Und dann durch dieses Tor in die Gefangenschaft. So, für viele Juden ist also dieses Tor, das Ischta-Tor, das Zeichen der Gefangenschaft. Das Zeichen dieser Zerstörung. Das Zeichen, dass sie in dieses Joch dieser babylonischen Gefangenschaft hineinkamen. Und 70 Jahre, die meisten, die da hineingekommen sind, sind ja in der Gefangenschaft dann auch gestorben. Hatte ja dramatische Folgen. So, das Ischta-Tor hatte also eine markante Bedeutung in diesem Zusammenhang der babylonischen Gefangenschaft. So, das Ischta-Tor ist wieder ausgegraben worden, rekonstruiert worden und errichtet worden. Und wo steht es? Genau, in Berlin. Das Ischta-Tor, das Zeichen, das Symbol der babylonischen Gefangenschaft überhaupt, das klassische Symbol, steht in Berlin. Richtig schön restauriert. So, wir haben also in Berlin das Symbol der Gefangenschaft, der babylonischen Gefangenschaft errichtet. Das steht nicht in Paris, das steht nicht in Rom, das steht nicht in Washington, steht in Berlin. Gut. Wie gesagt, 587 vor Christus, die Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel. Und dann, danach, nach 70 Jahren plus, durften sie wieder zurückgehen. Und sind, wie gesagt, in mehreren Stufen wieder in ihr Land, in ihr Erbteil zurückgegangen und haben ihr Land wieder eingenommen, haben den Tempel wieder errichtet. Dann war die Zeit mit Nehemiah, wo die Mauer wieder aufgebaut worden ist gegen riesigen Widerstand. Und vorher, bevor das stattfand in dieser ganzen Situation, gab es einen Mann, der die Prophetie von Jeremia entdeckt hat. Und gesagt hat, dafür stehe ich ein, dafür gehe ich ins Gebet, dafür gehe ich in die Fürbitte, dafür trete ich ein, damit das, was Gott verheißen hat, wirklich hervorkommt. Und das war Daniel. In Daniel 9, ab Vers 2, lesen wir, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort Jahwes zum Propheten Jeremia geschehen war. Das steht in Jeremia 25, ab Vers 11 und in 29, Vers 10. Dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahin gehen sollten. So, der hat gesehen, es gab bereits die prophetische Aussage, es dauert 70 Jahre. Die babylonische Gefangenschaft ist befristet, sie ist 70 Jahre und dann ist er ins Gebet gegangen. Und das war diese Story mit diesem, wo das aufgehalten worden ist, dass die Hilfe durchkam, weil dämonischer Widerstand war. Diese Sache mit den Engeln, die da, wo der nicht durchkam und dieser Prinz von Persien einfach dagegen stand und so weiter. Sehr interessant, sehr prophetisch. Aber der Punkt ist, nach diesen 70 Jahren war eben diese Zeit vorbei, war sie durchschritten und Neues begann. Die Leute aus Judah, die wieder zurückgegangen sind, haben danach, nach der babylonischen Gefangenschaft, das wieder aufgebaut, Jerusalem wieder errichtet, Zion wieder errichtet und den Tempel wieder errichtet. Das war übrigens der gleiche Tempel, der bis zur Zeit Jesus stand und erst im Jahr 70 nach Christus dann zerstört worden ist. Der ist immer wieder umgebaut worden, erweitert worden, sehr prachtvoll. Damals war er noch sehr, sehr einfach. Aber dieser Tempel war der Tempel, wo Jesus dann gewesen ist, viele Jahrhunderte später. Okay, 70. Markant, die babylonische Gefangenschaft und Markant, das Ischda-Tor und Markant, Berlin, wo das Ding heute steht. Gut. Fülle und Vollendung ist die prophetische Bedeutung. So, schauen wir uns jetzt mal die Zahl 40 an. Die Zahl 40 kommt uns in der Bibel sogar noch öfter, begegnet die uns. Sie steht für Veränderung, für Gericht, für Prüfung, aber auch, wenn wir es uns ansehen, für so die Zeitdauer, sagen wir mal, das Amt von Leiterschaft. Wenn Leiter eingesetzt sind, dann begegnet uns immer wieder, dass die 40 Jahre im Dienst waren. Am Markantesten ist natürlich Mose, der wurde 120 und du hast dreimal 40 Jahre ganz bedeutende Zeitabschnitte. Deine erste 40 Jahre war dieses Aufwachsen am ägyptischen Hof, bis dann zur Flucht, nachdem er den Ägypter da ermordet hatte. Und dann 40 Jahre in Midian als Hirte, diese Zeit bis zum brennenden Busch, wo er berufen worden ist. Und dann die letzten 40 Jahre, ja, von der Konfrontation mit dem Pharao und dem ägyptischen System, mit dem Auszug und dann eben diese elende Wüstenwanderung, wo 40 Jahre sie durch die Wüste gelatscht sind, ja, aufgrund von Ungehorsam und Unglauben, bis endlich die nächste Generation das Land einnehmen konnte. Und nach meiner persönlichen Überzeugung war Mose der Letzte, der gestorben ist. Das war die alte Generation. Die Nächste konnte in das Land hineingehen. Gut, also bei Mose begegnen uns diese 40 ganz markant. Dann haben wir bei den Richtern, Otniel, Deborah, Barak, Gideon, Eli, waren alles Richter, die 40 Jahre im Dienst waren. Und dann gibt es einen, der heißt Ehud, der war 80 Jahre im Dienst. Könige, Saul, David, Salomo und später der König Joash waren 40 Jahre im Dienst. Weil das so markant immer wieder auftaucht, gibt es liberale Theologen, die sagen, ja, das bedeutet nur einen vollkommenen Zeitraum. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Und ich sage dir eins, wenn die Bibel schreibt 40 Jahre, dann meint sie 40 Jahre. Genau. Gut. Der Wüstenzug 40 Jahre, hatte ich gesagt, Strafe für Ungehorsam und in gewisser Weise einfach auch Gericht. Gericht des Unglaubens und des Ungehorsams. Die Bibel berichtet von 40 Jahren, wo das Volk unter dem Joch der Philister ist, was ebenfalls für Gericht steht. Und dann 40 Tage begegnen uns auch mehrfach in der Bibel, beispielsweise in der Sintflut, ja, die dauert 40 Tage und 40 Nächte. Es geht um Gericht. 40 hat was mit Gericht zu tun, ne, mit Prüfung. Jona hat gepredigt in Nineveh und was hat er gesagt? 40 Tage, dann wird die Stadt vernichtet. Mose war auf dem Berg Horeb zweimal 40 Tage in der Gegenwart Gottes. Und als er runterkam, war der Abfall des Volkes mit dem goldenen Kalb. Auch dann kam es zur Strafe. Mose auf dem Berg hat gewaltige Offenbarung erhalten, aber trotzdem gab es Gericht. Immer wieder dieses Thema Gericht mit den 40. Die Kundschafter, die unter Mose ausgesandt worden sind, haben 40 Tage das Land, Kanaan, erforscht. Und sie kamen zurück mit so einer verfälschten Meldung. Fake News. Sie haben gesagt, ja, das Land ist zwar gut, aber. Und dann haben sie etwas behauptet, was Schwachsinn war, fake war. Und das ganze Volk hat aufbegehrt. Und aufgrund von diesem Ding konnten sie das Land nicht einnehmen. Weil sie haben Falsches geglaubt. Und haben sich gegen Gott gestellt und seine Verheißung. Haben gesagt, wir schaffen es nicht. Ja, also Abfall und Strafe, Gericht. Jesus fastete nach seiner Taufe 40 Tage. Er war in der Wüste vor seinem Beginn seines öffentlichen Wirkens. Er wurde versucht in dieser Zeit. Und als er auferstanden war, Ostern, war er 40 Jahre mit den Jüngern. Sorry, 40 Tage wieder mit den Jüngern unterwegs. 40 Tage von Ostern bis Himmelfahrt. Hat ihn Offenbarung weitergegeben und Wissen vermittelt, bis er dann in den Himmel gefahren ist, um den Heiligen Geist zu senden. So, und wenn wir uns das genauer anschauen, dann sehen wir diese Zeiträume, die hier genannt sind. Da geht es um Vorbereitung, um Prüfung, um Gerichtszeit, um Strafe, was einfach zu durchschreiten ist. Und du kommst aus der Nummer auch nicht raus. Die kamen ja nicht einfach aus der babylonischen Gefangenschaft raus. Die kamen nicht aus dieser Zeit der Wüstenwanderung raus. Das musste durchlitten werden. Aufgrund von Dingen, die im Vorfeld falsch gelaufen sind, Sünde, Schuld, Unglauben, Ungehorsam, waren diese Zeiträume zu durchschreiten. Eine Zeit, also der Trübsal, der Erprobung, der Buße, des Fastens, des Betens, der Strafe. Genau. Und von daher ist dieses 40 und 70 für uns sehr interessant, wenn wir uns jetzt anschauen, was hat das alles mit Deutschland zu tun? Und was hat das mit dem Jahr 2019 zu tun? Gut, da habe ich hier mal so einen Zeitstrahl vorbereitet. Und wir fangen natürlich 2019 an. Wie die Situation aussieht, wisst ihr alle. Brauche ich nicht viel zu zu sagen. Situation in Europa. Ich sage mal so. Zwei europäische Staaten, Deutschland und Frankreich, dominieren ganz Europa. Ich verwende mal das Wort dominieren. Ich sage nicht manipulieren oder unterjochen, was man auch sagen könnte, sondern dominieren. England versucht sich auf welche Art und Weise auch immer zu befreien. Es gibt eine massive Zunahme von islamischem, insbesondere türkischem Einfluss in Deutschland. Das Pergamon-Museum, über das ich noch sprechen werde in Berlin, wird umgebaut, ist geschlossen. Zumindest der eigentliche Pergamon-Bereich für die Besucher. Und genau. Also das ist die Situation heute, wie wir sie alle kennen. Gesellschaftliche Veränderungsprozesse, Verfall von Strukturen, von Familie und so weiter. Da brauche ich gar nichts Großes drüber zu sagen. Wissen wir alle, kennen wir alle. Du brauchst nur die Nachrichten anzuschauen. Gut. Wenn wir jetzt zurückgehen, was war vor zehn Jahren? Vor zehn Jahren war die Weltbevölkerung über die Sieben-Milliarde-Grenze gekommen. Gut. Sonst gibt es da jetzt konkret nichts weiteres, was mir aufgefallen ist. Vor 20 Jahren, das war kurz vor der Jahrtausendwende, geschah etwas Besonderes. Nämlich Berlin wurde wieder zum Regierungssitz. Das Parlament war umgezogen, aufgrund der Entscheidung von Bonn nach Berlin zu gehen. Viele Ministerien, nicht alle. Und Berlin wurde wieder Regierungssitz von Regierung und Parlament. Die kamen nach Berlin. So, das geschah 1999, vor genau 20 Jahren. Vor 20 Jahren. Berlin. Und du wirst sehen, wir sind sehr viel, beschäftigen wir uns mit Berlin. Berlin ist etwas, was immer wieder auftaucht. Momentan erleben wir so einen ganz absonderlichen Schulterschluss zwischen Berlin und der Türkei. Und das ist etwas, was in der Historie, in der Geschichte immer wieder stattfand. Vor 30 Jahren, das sollten wir alle wissen, kam es zum Mauerfall. Der Fall der Mauer. Wo? In Berlin. Ja? Und das führte dann zur Wiedervereinigung. Deutschland war exakt 40 Jahre getrennt. Sehen wir gleich. 40 Jahre getrennt. 40 ist ein besonderer Zeitraum. Das hatten wir gerade beobachtet. Und das geschah vor 30 Jahren. Macht zusammen 70 Jahre. 70 Jahre Bundesrepublik. Und die Grenzen gingen am 9. November auf. Am 9. November. Wo? In Berlin. Das Ganze startete in Berlin. In Berlin kam es dazu, dass die Mauer fiel und dass im Grunde genommen dieser ganze Wiedervereinigungsprozess losging. Das war vor 30 Jahren. Sehr, sehr markant. Also einer der entscheidendsten Punkte der deutschen Geschichte. Ich möchte darauf hinweisen, dass das etwas ist, was durch Propheten vorhergesagt worden ist. Und die Propheten wurden ausgebucht und ausgelacht und als falsche Propheten bezeichnet, weil es war so unmöglich damals. Ich persönlich kann mich erinnern, dass ich noch kurz vorher, also Wochen vorher, im Fernsehen irgendwas gesehen hatte. Und da gab es eine parlamentarische Diskussion oder sowas und da gab es einen Antrag oder ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall ging es darum, endlich doch bitte zu akzeptieren, dass es zwei deutsche Staaten gibt. Und es wurde gefordert, wenige Wochen vorher vom Parlament wurde darüber diskutiert, dass man diese beiden Staaten noch endlich akzeptiert. Das heißt, die Politiker hatten keine Ahnung, was auf sie zukommt. Es war etwas, was im übernatürlichen Raum entschieden worden ist. Es waren Gebetskämpfer, die dafür gerungen hatten, gebetet haben, die genau gesagt haben, wie das Ding laufen soll und so ist es gekommen. Es war die Autorität des Volkes Gottes, die da was bewirkt hat. Natürlich gab es politische Entwicklungen und so viele Dinge. Aber gerade dieser friedliche Wiedervereinigungsprozess ist etwas, was im Gebet vorbereitet worden ist. Das findest du nicht im Geschichtsbuch. Und das müssen wir uns einfach bewusst sein. Von politischer Seite ist das nicht ausgegangen. Das ist im Übernatürlichen geboren worden durch die Fürbitte von vielen, vielen Menschen. Vor allen Dingen auch im Osten. So, nach 30 Jahren, also heute vor 30 Jahren, Mauerfall und dann folgte die Wiedervereinigung. Vor 40 Jahren geschah auch etwas, nämlich da kam es dazu, dass der Ayatollah Khomeini nach dem Iran wieder ging, aus dem Exil. Nun, das ist für uns vielleicht jetzt nicht so ein markanter Punkt. Aber es ist Persien, ja, babylonische Gefangenschaft ist schon interessant. Also da ist ja was drin. Man muss vor allen Dingen eins berücksichtigen, die Perser, heutiger Iran, ja, waren seit der Zeit von Kyros, ja, also seit biblischen Zeiten, fast 3.000 Jahren oder 2.500 Jahren, niemals wirkliche Gegner Israels, wirkliche Gegner der Juden. Da gab es keine Progrome, in dem Sinne, wie es hier in der christlichen Welt war. Es gab es nicht. Juden waren sicher unter den Persern. Das war teilweise richtige Freundschaft. Das war ein gutes Zusammenleben. Den Stress, wie wir den heute haben, dass es ein System ist, ein aggressives islamisches System ist, was sich massiv gegen Israel stellt, was Israel vernichten will, ja, und im Grunde genommen dadurch zum größten Bedrohung für den Weltfrieden wird, ja, dieses System ist erst vor 40 Jahren entstanden. Das gab es vorher nicht, über Jahrhunderte und Jahrtausende nicht. Das ist erst da geboren worden. Und die extreme Aggressivität des Iran ist etwas, was erst vor 40 Jahren entstanden ist und sich bis zum heutigen Tag immer mehr aufgebaut hat. Massive, sehr starken, des Islam, des aggressiven Islam, der vorwärts geht durch die sogenannte iranische Revolution. So, erst 40 Jahre her. 40, dieser Zeitraum, der uns wieder begegnet. Ein starkes Zunehmen des aggressiven Islam. Ja, vor 50 Jahren ist jetzt etwas, was vielen von uns auch nicht so wirklich was sagt. Wir wissen, okay, da gab es was, aber was hat das für Auswirkungen? Wie, wie, was hat das unsere Gesellschaft geprägt? Das war nämlich, die Studentenunruhen waren im vollen Gange. Die begannen 1968, Studentenrevolte. Und in dieser ganzen Situation war es so, dass es etwas gab, das nannte man den Marsch durch die Instanzen. Vielleicht hast du den Begriff mal gehört. Der Marsch durch die Instanzen war etwas, was sich an dem langen Marsch von Mao, der China unter kommunistisches Regime gebracht hat, orientiert hat. Man hat gesagt, okay, wir machen einen Marsch durch die Instanzen. Wir gehen in die Behörden, wir gehen in die verschiedenen Regierungen, in die Institutionen und alles, was so ist eben. Wir gehen da rein mit unserer Überzeugung, mit unseren Werten und durchdringen die immer mehr. Wir durchziehen diese Instanzen und genau das ist passiert. Und genau das ist das, was Deutschland so gemacht hat, also im Westen vor allen Dingen, sorry, im Westen, im Osten war die Entwicklung anders, im Westen so gemacht hat, wie es geworden ist. Und das, was wir heute haben, die Werte oder Nichtwerte, die heute gelebt werden, ist etwas, was ganz massiv auf diese sogenannten Studentenruhen oder die Studentenrevolte zurückgeht. Denn diese Leute waren dann in den Instanzen, haben regiert an allen Ebenen, in allen Autoritätsbereichen und eben ihre Verständnis da hineingebracht. Und das hat dazu geführt, dass Werte, die christliche Basis haben, immer mehr zurückgedrängt worden sind und Deutschland so geworden, wie es heute ist. Die Leute sind jetzt dabei, in Rente zu gehen oder sind schon in Rente, aber sie haben das Gesicht von Deutschland extremst geprägt und ihre Jünger in Positionen gebracht und ihre Nachfolger in Positionen gebracht. Und so ist Deutschland geworden, wie es heute ist, ja, sehr stark durch diese Lendenunruhen, die 68er-Bewegung geprägt, wo auch ein ganz massiver, sagen wir mal, Anti-Israelismus hineingekommen ist. Ja, dass also diese linke Bewegung also ganz scharf antisemitisch vorangegangen ist. Vor 60 Jahren, was war vor 60 Jahren? Vor 60 Jahren wurde in Ost-Berlin, in Ost-Berlin, der Pergamon-Altar wieder eröffnet. Nun, zu dem Pergamon-Altar möchte ich was sagen, weil viele Leute können damit nichts anfangen. Pergamon ist eine Stadt in Kleinasien gewesen, heutige Türkei, wo es eine christliche Gemeinde gab, zur Zeit des frühen Christentums. Und uns begegnet diese Stadt in den Sendschreiben von Johannes, in der Offenbarung. Und da heißt es zweimal in diesem Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamon, dass sie da ist, wo der Sitz, der Thron des Satans ist. Diese Aussage begegnet uns sonst nirgendwo in der Bibel, gibt es nicht mehr, aber zweimal konkret mit Pergamon verbunden, da ist der Thron des Satans. Gut, Thron des Satans in Pergamon. Hätte uns nicht weiter groß interessieren brauchen, wenn nicht dieses Ding nach Deutschland geholt worden wäre. Wir sehen das gleich noch ein bisschen im Rückblick. So, und war eben in Berlin und dann im Zuge des Zweiten Weltkrieges, nachdem Berlin eingenommen worden ist, haben die Russen im Sinne von Kriegsbeute von diesem Kunstraub, der da war, was die Deutschen übrigens auch exzessiv gemacht hatten, haben sie Kunstgegenstände in Hülle und Fülle eben wegtranspoliert aus Deutschland nach Russland. Und dazu gehörte der komplette Pergamon-Altar. Die haben ihn abtransportiert nach Russland. So, und im Jahre 1958, im Jahre 1958 wurde der von Khrushchev, der damals Regierungschef war, zurückgegeben. Es gibt da eine Story, ob die stimmt, weiß kein Mensch, eine, 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 ja, so eine Erzählung. Und zwar, sagt die, die Mutter von Khrushchev, das war eine orthodoxgläubige Frau und die kannte ihre Bibel und die kannte diese Sache mit diesem Pergamon-Altar. Und sie hat ihren Sohn gedrängt und hat gesagt, sieh zu, dass das Ding hier aus dem Land kommt. Sieh zu, dass das wegkommt. Und so haben die Russen das, wie gesagt, im Jahre 1958 bedauerlicherweise nach Deutschland zurückgegeben. Und man hat dann eben im Jahre 1959 angefangen, dem ganzen Ding ein Gebäude zu bauen. Ein sogenanntes Museum zu errichten, wo der eben aufgerichtet wird. So, und hier sehen wir mal den Pergamon-Altar. Heute im Pergamon-Museum, momentan nicht zugänglich. Da sagst du, was ist das denn? Ist doch ein nettes Objekt mit einem Haufen Friesen und so weiter. Ich gehe da gar nicht drauf ein. Ist interessant, sich damit zu beschäftigen, auch mit dem, wie das gefunden worden ist und so weiter. Der eigentliche Punkt ist, wenn das der Thron des Satans ist, steht er in Berlin und ist hier eben in Ost-Berlin wieder aufgerichtet worden. Nun, heute ist das Interessante, im gleichen Gebäude, sozusagen um die Ecke, im exakt gleichen Gebäude steht das Ischta-Tor. So, du hast also, wenn man sowas glaubt und sich damit beschäftigt, hier ganz wie an einem Hotspot dieses Symbol für die babylonische Gefangenschaft, das Ischta-Tor und diesen Thron des Satans, wie er im Neuen Testament genannt wird, zusammengebracht. Ganz dicht zusammen in Berlin. So, und vor 60 Jahren wurde, wie gesagt, dieser Altar wieder errichtet. Geistlich gesehen ist das markant. Es ist wirklich interessant, sich damit zu beschäftigen, weil, wenn die Bibel etwas den Thron des Satans nennt und das ausgerechnet nach Deutschland geholt wird, können wir uns schon anschauen, ob das eventuelle Auswirkungen hat. Oder ob das wirklich nur Zufall ist, archäologischer Fund, ohne Relevanz oder eben, ob da mehr dahinter steckt. 1949, das ist natürlich das Jahr, um das es in diesem Jahr geht, wo gefeiert wird. Vor 70 Jahren. 70 Jahre, ich sag mal, Deutschland. 70 Jahre Deutschland. Im Mai vor 70 Jahren wurde die Bundesrepublik gegründet, BRD. BRD, im Westen nicht gern gehörter Begriff, den vor allem die DDR gebraucht hat. Aber ich habe gehört, dass im Osten der Begriff DDR auch nicht so gern gesehen war, der im Westen gebraucht wurde. BRD im Mai gegründet, Grundgesetz wurde ein paar Tage später verabschiedet. Hier Adenauer, der dann der erste deutsche Kanzler war. Und kurz darauf, noch im gleichen Jahr, im Oktober, wird in Berlin als Hauptstadt die DDR gegründet. Und da begegnet uns wieder Berlin. Berlin als Hauptstadt des ostdeutschen Bereiches. Und ja, dann ging es eben als Regierungssitz nach Bonn. Eine eigentümliche Geschichte, wie Bonn dazu gekommen ist. Das war so Wunsch von Adenauer, sag ich mal. So, was interessant ist, dass beide deutsche Staaten, ich sag mal unabhängig voneinander, eigentlich die gleiche Fahne gewählt haben. Das ist sehr interessant, das machen wir uns gar nicht bewusst. Aber Schwarz-Rot-Gold wurde von beiden deutschen Staaten in der gleichen Art gewählt. Als Fahne. Die DDR hat lediglich noch diesen Hammer und Zirkel im Ehrenkranz, sehr schön eigentlich, noch dazugenommen. Ja, als Symbol. Gut. Aber beide haben das Gleiche gewählt. Schwarz-Rot-Gold. Übrigens, die deutsche Fahne ist die am meisten falsch dargestellte Fahne in der gesamten Welt. Weil es ist immer schwarz-rot-gelb dargestellt. Aber das stimmt nicht. Es ist Gold. Gold als Fläche. Soweit mir bekannt ist, es ist die einzigste Fahne, die einzigste Nationalfahne der ganzen Welt, die Gold als Fläche hat. Meistens sind das nur irgendwelche Wappen oder sowas, wo ein bisschen Gold dran ist. Aber hier haben wir Gold als Fläche. Das ist auch eine interessante prophetische Bedeutung. Beide haben das gewählt. Gut. Es war zum Ende der Berlin-Blockade gekommen, diese Luftbrückengeschichte. Und dann wurden die beiden Staaten gegründet. Die Trennung begann. Und nach einigen Jahren führte das dann dazu, dass die Mauer gebaut worden ist. Und dann wurde das in Berlin, Berliner Mauer, wurde zum Symbol der Trennung. Die Berliner Mauer als klassisches Symbol der Trennung von diesen beiden Staaten. Und das ganze Ding lief 40 Jahre lang. 40 Jahre lang zwei deutsche Staaten. Parallel nebeneinander mit einer völlig unterschiedlichen Entwicklung. Diese 40 Jahre. 40 Jahre, die zu durchschreiten waren. Und dann kam das Wunder des Mauerfalls und der Wiedervereinigung. Und das sind jetzt seitdem 30 Jahre vergangen. Macht zusammen 70. 70 Jahre plus diese 40 Jahre. Und da ist was Markantes drin. Für mich ist da eine markante Botschaft drin. Eine prophetische Botschaft. Wenn wir weitergehen, schauen wir uns das mal an, was vor 80 Jahren war. Vor 80 Jahren war es ziemlich, ziemlich uncool. Zweimal 40. Zweimal 40. Was war da? Da begann der Zweite Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg ging von Berlin aus. Berlin war das Epizentrum, von dem das ganze Ding ausging. Von Berlin ausgehend. Das schwarze Bereich ist die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Diese etwa sechs Jahre. Und kurz vorher kam es hier im Sportpalast. Diese Nazi-Treffen da, wo Goebbels dann geschrien hat, wollt ihr den totalen Krieg? Und die Leute, die da waren, das waren alles Nazi-Mitglieder und Politiker, also Funktionäre und so weiter, haben alle geschrien, ja. Das war nicht das Volk, das war eine Nazi-Parteiveranstaltung. Und unter der Maßgabe, ein totaler Krieg, ist der schnellste Krieg, ist der effektivste Krieg, ist dann Deutschland in diesen aberwitzigen Zweiten Weltkrieg hineingegangen. Das war vor 80 Jahren, da begann das. Und im Krieg, während des Krieges, begann dann der Holocaust zu laufen. Begann diese Problematik, dieses größte Gräueltat aller Zeiten, dieser Holocaust sich da zu entwickeln. Was da entfesselt war an dämonischen Kräften, das ist unermesslich für uns heute. Das, was da an Zerstörung war, an Willkür, an Hass, an Vernichtung, ist unvorstellbar. Wir sind heute das nur noch durch unseren Geschichtsunterricht, so in den Schulen oder wo, gewöhnt und ab und zu gibt es vielleicht mal einen Film. Aber wenn du dir überlegst, du bist unter diesem System, fast wehrlos, diese Vernichtungsmaschinerie, ja, es ist unvorstellbar Gräueltaten gewesen. So, und dann haben wir das, was vor 90 Jahren geschah. Da bewegen wir das hier mal ein klein wenig, weil wir hier auf der Zeitachse weiter nach hinten gehen. Hier der Zweite Weltkrieg, Erste Weltkrieg. 1929. 1929 ist für uns als Deutsche jetzt nicht so eine Größenordnung. Das war mitten in der Weimarer Republik, in der Zeit der Weimarer Republik, aber weltweit gab es die Weltwirtschaftskrise. Und die Auswirkungen dieser Weltwirtschaftskriege über viele Jahre können wir uns heute gar nicht vorstellen. Ja, die ganze Welt war im Trudeln. Es war eine gigantische Not- und Problemsituation. Und auch USA in schwerster Bedrängnis. Und währenddem war hier in Deutschland die Weimarer Republik und es herrschte, ich sag mal, Chaos. Die Weimarer Republik wurde vor 100 Jahren gegründet. Vor 100 Jahren. Im Jahr 1919. So, der Erste Weltkrieg von 1914 bis 1918 war zu Ende gegangen in einem gewaltigen Chaos. Und dann wurde eben die Republik ausgerufen. Und Berlin war die Hauptstadt dieser Republik. Aber wieso nennt sie sich dann Weimarer Republik? Ganz einfach. Weil in Berlin war so ein Chaos, solche Umtriebe, solche revolutionäre Grundstimmung, dass sie gesagt haben, es ist für uns als Parlament viel zu gefährlich, hier zu bleiben. Und so sind sie weggegangen, in dem Fall nach Weimar. Ich glaube, soweit ich weiß, waren sie da in einem Theater und haben dort Politik gemacht. Weil in Berlin war Chaos, es war zu gefährlich. Die Weimarer Republik ist eine Phase von völligem Durcheinander. Und das Ganze war etwas, was wie ein Nährboden war für totalitäre Kräfte. Sowohl linke wie rechte. Und die rechten Kräfte haben sich dann immer mehr entwickelt. Und das führte dazu, dass im Jahr 1933 die Nazis an die Macht kamen. Und zwar tragischerweise, auch wenn da viel Manipulation und so dabei war, tragischerweise durch demokratische Wahlen. Ja, das war kein Staatsstreich, sondern das waren Wahlen, durch die die Nazis an die Macht kamen. Und die Weimarer Republik, mit Berlin als Hauptstadt, hatte eine sehr kurze Lebensdauer, nämlich von 1919 bis eben die Nazis 1933 die Macht übernommen haben. Und in diesen paar Jahren, diesen 14 Jahren, hast du allein zwölf Kanzler dieser Republik gehabt. Du siehst also, das Ding war super kurzlebig. Das war alles eine einzige Phase von Chaos. Der Nährboden für das, was dann folgen sollte. Durch den Versailler Vertrag, der das Ende des Ersten Weltkriegs besiedelte, wurde Deutschland stark gedemütigt, diese Zahlungen mussten geleistet werden usw. Und das war etwas, was vor allen Dingen im Bewusstsein der Bevölkerung ein Unrecht war und was diesen Nährboden sehr stark unterstützt hat. Wir müssen halt sehen, dass in dieser Zeit, nach dem Ersten Weltkrieg, vier gigantische Weltreiche zusammengebrochen sind und die Landkarten sich völlig verändert haben und die Machtverhältnisse sich völlig verändert haben. Das ist das Deutsche Reich, was mit der Niederlage eben dann, oder nennen wir es mal Niederlage, dann eben zugrunde ging. Das ist das angeösterreichisch-ungarische Reich, was da mit Deutschland im Krieg war, eben gemeinsam. Das ist das russische Zarenreich. Und das russische Zarenreich, das war übrigens Verwandte von dem deutschen Kaiser, wie auch das englische Königshaus mit ihm verwandt war. Seine Mutter kam aus dem englischen Königshaus. Das war ein Familienkrieg sozusagen, als die Nationen da untereinander gekämpft haben. Der Untergang des Zarenreiches war durch Deutsche herbeigeführt. Das ist dieses Ding. Man hat Lenin in einen Eisenbahnwagon gesetzt, hat ihn nach Russland gebracht und da kam es dann zur Oktoberrevolution. Und der Plan war, dass dadurch der Kriegsgegner Russland geschwächt wird, was auch funktioniert hat. Das Problem war nur, dass die Deutschen Schützenhilfe gegeben hatten, dass dieser unermesslich aggressive Kommunismus dann eben sich Raum greifen konnte und Russland so wurde, wie es dann eben später geworden ist. Die Deutschen haben da eine unermessliche Schuld auf sich geladen, wo ich nicht weiß, ob da historisch schon wirklich Buße für gemacht worden ist und die Sache thematisiert worden ist. Das war 1919, die Zeit der Weimarer Republik. Gut, jetzt wird es noch spannender. Vor 110 Jahren, 1990. Nun, was ist mit 110? 110 ist eine sehr bemerkenswerte Zahl, wenn wir von diesen Zeiträumen ausgehen. Das sind nämlich 70 plus 40. 70 plus 40. Aha, babylonische Gefangenschaft plus Wüstenwanderung. Fülle und Vollendung plus Gericht, Zeitveränderung und Prüfung. Also ein interessanter Zeitrahmen, jetzt aus unserem Verständnis, wo wir uns hier gerade mit beschäftigen. Vor 110 Jahren. Da wurde damit begonnen, dem Pergamon-Altar in Berlin ein Haus zu bauen. Man nennt das Ding Museum, aber man könnte genauso gut sagen ein Tempel. Der Pergamon-Altar ist, also das Pergamon-Museum war, als es geöffnet war, momentan ist es geschlossen wegen angeblicher Umbaumaßnahmen, war das meistbesuchte Museum in Deutschland mit über einer Million Besucher pro Jahr. Es war ein echtes Hype. Die Leute sind hingekommen, warum eigentlich, um sich dieses Mama-Ding da anzuschauen. Warum eigentlich? So, und es wurde dort im Jahr 1909 dem Ganzen ein Haus gebaut. Es gab vorher schon ein Interimsgebäude, Pergamon-Museum, seit dem Jahr 1901, geplant übrigens von einem jüdischen Architekten. Und dieser Bau jetzt hier im Jahr 1909, der sollte also dauerhaft für das Pergamon-Museum, also den Pergamon-Altar, dann die Bleibe sein. Und das war, wie gesagt, in Berlin. In Berlin. Ab dem Zeitpunkt hatte also der Thron Satans einen offiziellen Platz, einen offiziellen High Place in Berlin. Wie gesagt, das war nicht in München und das war nicht in Stockholm und das war auch nicht in, was weiß ich wo, Kairo, sondern, oder Istanbul oder sonst wo, das war in Berlin. In Berlin. Die haben das Ding nach Berlin geholt. Thron des Satans in Berlin. Gut. Und dann kam das dunkelste Kapitel oder der dunkelste Bereich in der Geschichte der gesamten deutschen Christenheit. Und da gab es einen Haufen dunkle Kapitel. Aber das war nach meinem persönlichen Meinung das allerdunkelste, nämlich die Berliner Erklärung. Das wichtigste bei, oder das erste bei der Berliner Erklärung ist schon mal, sie ist in Berlin verfasst worden. In Berlin. Was war das für eine komische Erklärung? Das war folgendermaßen, ich habe darüber übrigens ein Seminar gemacht, wenn dich das interessiert, kannst du schauen, 100 Jahre Stagnation ist schon ein bisschen älter, aber da ging es genau um dieses Problem der Berliner Erklärung. Und diese Thematik war, es kamen ein paar Dutzend Leute zusammen, teilweise waren das Leiter von verschiedenen Bewegungen oder Werken, viele aber auch nicht, waren einfach irgendwelche Leute, Gutsbesitzer, Frostmeister und sonst was, kamen zusammen, weil die waren Gegner eines Aufbruches, der da gerade stattfand. Und das war ein Aufbruch, nämlich von der Pfingstbewegung, die von Los Angeles ausgehend über Norwegen, auch nach Deutschland gekommen war und zuerst begeistert aufgenommen worden war. Überall in der Christenheit gab es große Begeisterung für dieses neue Pfingsten. Und zahlreiche Christen haben sich danach ausgestreckt und haben das auch erlebt. Und dann gab es eine Gegenbewegung, die wollte die Zungenleute, so nannte man die, zurückdrängen. Und diese Gegenbewegung ist eben da, sind ein paar Leute zusammengekommen und haben dieses Schreiben verfasst. Einfach eine Erklärung. Und in dieser Erklärung heißt es, oder sagen wir mal so, diese Erklärung diffamiert das Wirken des Heiligen Geistes als teuflisch. Das ist diese berühmte Aussage, das ist der Geist von unten. Ja, der Geist von unten. Und das Problem ist, dass diese Erklärung, die eigentlich nur eine private Willenserklärung von ein paar Dutzend Leuten war, sich verbreitet hat und von Tausenden von Gemeinden und Werken und Pastoren und Leitern aufgegriffen worden ist. Und wie ein Credo haben sie gesagt, das ist es, was gilt. Und überall, überall wurden diese Leute, die jetzt eine Pfingst-Erfahrung gemacht hatten oder in Zungen sprechen konnten, wurden aus den Gemeinden rausgeschmissen beziehungsweise haben sich Dux gehalten, sind in die innere Immigration gegangen. Ganz wenige Werke entstanden oder Denominationen, die gesagt haben, okay, wir übernehmen das, wir akzeptieren diese Berliner Erklärung nicht für uns, sondern wir bleiben dabei von dem, was wir empfangen haben, der Mülheimer Verband beispielsweise und so weiter. Und es kam innerhalb von einigen Jahren durch diese Entwicklung zu einer Trennung von Berlin ausgehend, bitte beachten, von Berlin ausgehend zu einer Trennung der deutschen Christenheit in zwei Lager. Und die deutsche Trennung in Ost und West war ein Ergebnis im Grunde genommen davon, im Geistlichen. Was dazu geführt hat, dass Deutschland dann irgendwann auch getrennt war, im Realen. Hier wurde die Christenheit getrennt in ein großes Lager derjenigen, die das abgelehnt haben, was der Heilige Geist tun wollte und ein kleines von denjenigen, die gesagt haben, nein, wir glauben, das ist wirklich der Heilige Geist und wir halten daran fest. Nun, Jesus spricht davon, dass es von diesem Haus, wenn ein Haus nicht eins ist, wenn ein Haus nicht zusammensteht, dann kann ein Stärkerer kommen und es überwinden. Und genau das ist passiert. Das Haus der Christenheit in Deutschland war auf einmal geteilt und ein Stärkerer, nämlich diabolische Kräfte, sind gekommen und haben das Land übernommen. Und dann passierte abstruse Sachen. Denn, wenn du dir das überlegst, das Land der Dichter und Denker, eine der fortschriftlichsten Nationen damals auf der ganzen Welt, super stark, super, super stark, super fortschrittlich, so ein richtiger Motor für die ganze Welt, kommt, ohne, dass man es erklären kann, in Trudeln und nach nur wenigen Jahren startet der Erste Weltkrieg. Weißt du was? Der Erste Weltkrieg ist bis zum heutigen Tag nicht erklärbar. Warum kam es zum Ersten Weltkrieg? Natürlich gab es etwas, was uns die Geschichtsbücher sagen, was der Auslöser war, dass der österreichische Drohnenfolger da in Sarajevo erschossen worden ist. Aber das war überhaupt kein echter Grund. Das hätte keinen Krieg geben können oder müssen. Es wurden immer wieder irgendwelche Leute ermordet, ohne dass es gleich zum Krieg kam. Kaiserin Sissi wurde auch ermordet und es gab nicht gleich einen Krieg. Überhaupt nichts. Warum hat das dazu geführt? Letztlich kann man es nicht erklären historisch. Letztlich ist es nur geistlich zu verstehen. Übernatürlich. Dämonische Kräfte hatten auf einmal eine Machtpower. Das geistliche Vakuum, was entstanden war durch die Trennung in die Pfingstler und die Anti-Pfingstler hatte dazu geführt, dass in dieses Vakuum diabolische Kräfte reinkonnten und Deutschland in diesen Studel geführt hatten. Dann gab es der Erste Weltkrieg mit seinem unvorstellbaren Elend. Dann gab es diese Situation, dass die Deutschen, die Schützenhilfe für den Oktoberrevolution und so weiter in Russland gegeben hatten, mit dem unvorstellbaren Elend, was dann da entstand. Dann kam die Weimarer Republik mit ihrem Chaos und dann der Zweite Weltkrieg beziehungsweise vorher das Auftreten der Nazis, was völlig absurd ist. Wie kann eine Kulturnation so eine Ausgeburt der Hölle hervorbringen? Das war etwas, was im übernatürlichen Reich hervorkam. Es gab kein Land auf der Welt, was im letzten Jahrhundert mehr Elend über die gesamte Welt gebracht hat als Deutschland. Mehr Not, mehr Tod, mehr Chaos hervorgebracht hat. Bei aller Gnade, die Gott Deutschland geschenkt hat, bei allen Segen, bei allen Prophetien, Deutschland hat gigantische, unermessliche Schuld auf sich geladen, aber ausgehend ging das nach meinem persönlichen Verständnis von dieser Berliner Erklärung. Aus Berlin ausgehend, gerade da, wo der Thron des Satans errichtet worden ist, gibt es diese extreme Schwächung der Christenheit und dämonische Kräfte können über Jahrzehnte das Land völlig bis zur Unkenntlichkeit missbrauchen. Missbrauchen. Das war vor 110 Jahren. So, für mich ist die Berliner Erklärung eine wirkliche Problemsache. Nicht die Erklärung als solche, sondern das eigentliche Problem ist, dass das bis zum heutigen Tag übrigens viele, viele, viele aufgegriffen haben und wie ein Credo vor sich halten. Das haben die Väter damals gesagt und das ist die Wahrheit und das gilt bis heute. Und alles klingstliche, charismatische oder überhaupt, was irgendwo Leben zeigt, ist also vom Teufel, ist von unten bis zum heutigen Tag. Und das eigentliche Problem ist folgendes. Lukas 12 Vers 10 sagt Jesus Und jeder, der ein Wort sagen wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Dem aber der gegen den Heiligen Geist lästert, wird nicht vergeben werden. Die Sünde gegen den Heiligen Geist. In vielen christlichen Kreisen immer wieder ein Thema, was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Im Zusammenhang gesehen war folgendes, Jesus hatte Menschen von dämonischen Mächten befreit, Befreiungsdienst gemacht. Und religiöse Typen kamen dazu und haben gesagt, was hier passiert, der treibt die Teufel durch Beelzebub aus. Heißt, sie haben gesagt, das, was hier an Kraft, geistlicher Kraft ist, das Wirken des Heiligen Geistes ist teuflisch. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist, wenn man das Wirken des Heiligen Geistes als teuflisch bezeichnet, das ist die größte Beleidigung, der größte Affront, den man Gott gegenüber tun kann, sein Wirken als teuflisch bezeichnet. Exakt, das ist hier passiert. Exakt, das ist hier passiert und das war eine Sünde, die zu unsagbar viel Not und Elend und Problem geführt hat und eben dieser Zeiträumen, die zu durchschreiten waren. Und für mich dieses 70 plus 40 sehr bemerkenswert. Sehr bemerkenswert in diesem Zusammenhang. Okay, wir sind aber noch nicht durch. Was war vor 120 Jahren? Vor 120 Jahren war das Jahr 1899 und da begann auf Befehl von diesem Herrn hier, dem deutschen Kaiser, Wilhelm II., begannen auf persönlichen Befehl hin die Ausgrabungen in Babylon mit dem Istator. Tor. Das Istator wurde von den Deutschen in Babylon ausgegraben, um es, wie gesagt, nach Berlin zu bringen. Das Zeichen der Gefangenschaft. Das Zeichen der Gefangenschaft des Volkes Gottes im alten Bund. Das Zeichen dieser 70 Jahre, die zu durchschreiten waren. Sehr bemerkenswert. Haben sie ausgerechnet nach Deutschland geholt. Und im Jahr zuvor gab es auch etwas Eigentümliches. Der Kaiser, zu dem ich jetzt mal mich nicht weiter äußere, als Person, hat Jerusalem besucht. Und für diejenigen, die schon mal in Jerusalem waren, einfach mal Israel besucht haben, in Jerusalem waren, ihr seid garantiert durchs Jaffa-Tor gegangen. Das sogenannte Jaffa-Tor. Das ist so der Haupteingang eigentlich in die Altstadt. Und das Jaffa-Tor, wenn du es dir genauer anguckst, ist ein winziges Tor seitlich. Das Eigentliche, was man so bezeichnet, ist nur ein Loch in der Mauer. Das Jaffa-Tor. Und das ist damals, vor 120 Jahren, in die Mauer gebrochen worden. Die Mauer übrigens ist nicht biblischer sowas, das ist eine osmanische, sprich türkische Mauer, die vor 400 Jahren gebaut worden ist. Also keine biblischen Sachen, die du siehst. Und dieses Jaffa-Tor wurde einfach aufgebrochen. Warum? Damit der Kaiser zu Pferd, hoch zu Ross, dort hineinreiten konnte. So richtig toll mit Pickelhaube und so weiter. Der deutsche Kaiser reitet nach Jerusalem ein. Das war 1898, also ein Jahr vor diesem 99, wo man begonnen hat, dieses Ischta-Tor auf Befehl des gleichen Typs auszugraben, der eben das Symbol der Gefangenschaft der Juden nach Berlin holen wollte. Ihr merkt, da ist was ganz komisches drin, das ist übernatürlich. Da sind dämonische Kräfte, die dahinter stehen, die etwas initiieren. Von diesem Ischta-Tor übrigens wurden erst Jahre später, nämlich 1913, dann die ersten Teile nach Berlin gebracht und kurz drauf begann der Erste von Berlin ausgehend. Vor 130 Jahren, das war kurz nachdem die Regentschaft von diesem Kaiser begonnen hatte, in Berlin, wie gesagt, gab es einen anderen Ort, diesen Jungen, der geboren ist, und der wurde auch weltbekannt als Adolf Hitler, 20. April, vor 130 Jahren geboren. Dann vor 140 Jahren, das ist natürlich auch wieder ein interessanter Zeitraum, nämlich zweimal 70, 70 plus 70. zweimal 70. Das war das Jahr 1879, wo der Pergamon-Altar nach Berlin transportiert worden ist. Man hatte den Jahre vorher also entdeckt, Archäologen oder Hobby-Archäologen hatten den entdeckt und dann erste Teile nach Berlin geschickt, das hat man erst nicht so ganz ernst genommen, was da war. Das war im Jahr 1871 kamen die ersten Teile nach Berlin, das war das Jahr, wo das Deutsche Reich gegründet worden ist. Und kamen nach Berlin, wie gesagt, und dort in Berlin wurden die dann auch bewahrt, aber man hat sie nicht wirklich verstanden, was das ist oder ob das was ist. Und es dauerte Jahre, bis man da wirklich ein Verständnis dafür hatte, welche Bedeutung das ist und dann hat man eben das ganze Areal dort archäologisch untersucht und die Teile alle mit irrewitzigem Aufwand nach Berlin gebracht. Hier haben wir mal ein Bild von der Ausgrabungsstätte in Pergamon. Pergamon ist eine Art Akropolis. Das ist ein hoher Berg mit einem riesigen Amphitheater und so weiter, wo oben jede Menge Gebäude waren und eben dieser Altar dort war. 1879. Der Pergamon Altar kommt von der Türkei nach Berlin. Das war vor zweimal 70 Jahren und schon daher relativ bemerkenswert. Schauen wir uns das nochmal mit den 70 Jahren ganz kurz an. 70 Jahren. Auch da kann man natürlich in diesen 70 Jahr Sprüngen zurück gehen und ohne mich da jetzt zu sehr in irgendwelchen Details zu verlieren sage ich was war denn vor sieben mal 70 Jahren ist natürlich interessant. Wir hatten ja über die Ursache für die babylonische Gefangenschaft gesprochen, diese 490 Jahre mit diesen Schmitter Jahren. So, was war vor 490 Jahren von heute aus gehen? Was war da? Vor 490 Jahren, 7 mal 70, also wo du sozusagen Fülle und Vollendung dann so im gewissen Sinne potenziert hast, da gab es etwas, das war die erste Türkenbelagerung Wiens, die erste Türkenbelagerung Wiens, das sagt uns heute natürlich nicht mehr viel, aber wir müssen eins verstehen, der Islam hat in drei, also historisch drei großen Wellen versucht, Europa zu überrollen. Das erste war um das Jahr zwischen 700 und 800, ja, über Spanien und dann gab es zwei gigantische osmanische Versuche Europa zu erobern, über den ganzen Balkansitzel gekommen und dann ging es um Wien. Wien war eines der großen Zentren des Deutschen Reiches, das nannte sich damals Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation und Wien war im Grunde genommen wie der Schlüssel. Wenn Wien fällt, dann ist Europa im Grunde genommen im Griff des Islam. Und es gibt immer wieder Leute, die sich über die Kreuzzüge und so weiter auslaschen, was da an Elend und Not über die islamische Welt gekommen ist. Bitte beachte auch, es gab auch islamische Versuche Europa zu überrollen und dort gab es auch eine große Zahl von Rolltaten und Problemen. Gut, und eins dieser Dinger war eben die Türken Belagerung. Das war die erste. Das war der Höhepunkt der Türkenkriege, wo das Osmanische Reich, was damals sagenhaft stark war, eben versucht hat, die christlichen Staaten Europas zu überrollen. Die Truppenstärke hier war 150.000 Leute auf der türkischen Seite, die die Stadt einnehmen wollten und 17.000 Leute, also Soldaten in der Stadt. Und das eigentlich Tragische dabei war, da war der Islam vor den Toren des christlichen Abendlandes und jetzt sollte man natürlich denken, dass aus der gesamten Europa die Kräfte gebündelt werden, um das zurückzudrennen. War aber nicht der Fall. Die Herrscher und die entsprechenden Leute hatten Besseres zu tun. Sie hatten Besseres zu tun, als sich um diesen anrennenden Islam zu kümmern. Der Kaiser war im Krieg mit Frankreich, das war so gerade für ihnen angesagt und der Reichstag in Speyer hatte auch was anderes zu tun. Was hatte der Reichstag zu tun? Der Reichstag hat sich mit dem Wiedertäufer Mandat beschäftigt, die Täuferbewegung bekämpft. Die Täuferbewegung war das, dass Leute gesagt haben, wir haben die Bibel gelesen, Kindertaufer ist nicht biblisch, wir wollen erwachsen getauft werden, das war alles. Anabaptisten, Wiedertäufer und die wurden von den Kirchen, übrigens teilweise bis zum heutigen Tag, scharf, scharf attackiert und damals als Ketzer eben zu Tausenden hingerichtet. Viele wurden ertränkt, nur nach dem Motto, du willst getauft werden, das können wir dir geben oder hier eben verbrannt. Der einzigste Grund war, dass sie gesagt haben, wir glauben an die biblische Taufe. Man berichtet folgendes, als Luther oben auf der Wartburg war, als Juncker Ernst in seinem Kabuff da und die Bibel übersetzt hat, waren unten Stockwerke tiefer, die Wiedertäufer, die auf ihre Hinrichtung warteten. gegen die Wiedertäufer. Auch in der evangelischen Kirche brannten die Scheiterhaufen. Und diese Anti-Täufer-Bewegung war gigantisch scharf. Und das war das, wo die sich damals um gekümmert haben. Das war das, was ihnen wichtig war. Das war das, worauf sie Wert gelegt hatten. Das war wichtiger als der Ansturm des Islam. Und du merkst einfach, was da auch an diabolischen Kräften ist, wo auf der einen Seite das Christentum fast aus oder in der Gefahr ist, ausgerottet zu werden. Und auf der anderen Seite es um irgendwelche religiösen Geschichten geht, wo man die wiedergeborenen bibelgläubigen Christen versucht zu bedrängen. Das Thema Kindertaufe ist bis zum heutigen Tag ein extremes Stressthema. Und darüber können sich Christen im Wahrsinn des Wortes wie Schädel einschlagen. Und das war damals hatte es einen dramatischen Höhepunkt erreicht. Vor 8 mal 70 Jahren gibt es auch noch was zu berichten. Das war nämlich der Zeitpunkt, an dem die Osmanen, heutigen Türken, eben Konstantinopel erobert haben. Seit dem Zeitpunkt, ich möchte es mal so sagen, bedroht der Islam Europa von der Türkei ausgeht. gut, das ist es, was ich jetzt erstmal an diesem historischen Rückblick zu sagen habe, wo es mir wichtig war, darauf hinzuweisen. Was ist hier der eigentliche Punkt? Der eigentliche Punkt ist, es gibt Zeiträume, die zu durchschreiten sind. Es gibt Gerichtszeiten, die zu durchschreiten sind. Es gibt Phasen, die zu durchleiden sind, aufgrund von Sünde oder Fehlentscheidungen, Fehlentwicklung von Dingen, Phasen durchschreiten, bevor man Neuland betreten kann. Und exakt das ist hier passiert. Und wir sehen das mit diesen 70 und wir sehen das mit diesen 40 in ganz geballter Form. Man hätte da auch noch weiter ins Detail gehen können, man hätte noch mehr finden können, aber ich denke, wir verstehen die große Richtung. 40 und 70 Zeiten von Gericht, von Prüfung und dann von Neuanfang. Und deshalb bin ich zutiefst überzeugt, dass wir an die Zeit gekommen sind, wo es einen echten Neuanfang gibt, wo wir hineingehen können in einen echten Neuanfang. 2019 ist wirklich ein außergewöhnliches Jahr. Und wenn es jetzt zu Ende geht, bewegen wir uns in etwas Neues hinein, weil Zeiträume durchschritten sind, prophetisch. Ja, du kannst sagen, ich sehe nichts davon. Das macht nichts. Prophetie hat erstmal nichts damit zu tun, dass du den Ist-Zustand erkennen kannst. Die prophetischen Worte, die die Wiedervereinigung Deutschlands vorhergesagt haben, waren sowas von unglaubwürdig, waren sowas von lächerlich. Die Propheten, die das gewagt haben zu sagen, wurden diffamiert, weil es war Spinnerei. Der Ist-Zustand sah doch völlig anders aus. Und genauso ist es heute. Der Ist-Zustand ist nur der Ist-Zustand. Der Ist-Zustand kann sich jederzeit ändern. Jederzeit ein Eingreifen Gottes, eine Bewegung Gottes und alles ist anders. Und wir erkennen, wir haben Zeiträume als Nation, als Christenheit durchschritten. Und gerade für diese Zeit der Trennung, seit der Berliner Erklärung, 70 plus 40 ist erledigt. Ich persönlich glaube, dass wir an der Schwelle stehen zu einer wirklichen gigantischen Bewegung Gottes und dass Dinge sich verändern. Nun, da möchte ich noch was zu sagen. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, von Erweckung, von Ernte lese ich nichts in der Bibel. Dann liest du deine Bibel sehr, wie soll ich mal sagen, begrenzt, wenn du das nicht siehst, wenn du das nicht feststellst. Dann solltest du dich damit beschäftigen und du wirst sehen, das ist durchaus ein großes Thema. Beispielsweise Matthäus 24, steht mittendrin, du musst es nur lesen. Warum? Schau, die Situation ist so, wir haben auf der einen Seite Licht und wir haben auf der anderen Seite Finsternis. Licht und Finsternis, das ist völlig logisch, weiß jeder Christ. Dazwischen ist, ich sag mal, das Tal der Entscheidung, was in der Bibel genannt ist, das Tal der Entscheidung und die weitaus meisten Deutschen, die weitaus meisten Menschen in Europa, befinden sich in diesem Tal der Entscheidung und da ist Dämmerung, da ist Zwielicht, man weiß nicht, wo bin ich eigentlich, ich bin Kirchenmitglied, damit ist alles in Ordnung, hat mit meinem Lebensstil und so weiter überhaupt nichts zu tun, wird schon alles in Ordnung sein, die Leute wissen überhaupt nichts, sie haben das Evangelium in der Regel nie gehört, dass sie es verstanden haben, sie haben irgendwie, keine Ahnung, was zum Sonntag gehört oder christliche Feiertage, mit denen sie wenig anfangen können oder irgendwie eben kirchliche Gottesdienst, sonst was, sie haben irgendwas gehört zum Kulturchristentum, aber das Evangelium, die Kraft des reinen unverfälschten Evangeliums haben sie nicht wirklich gehört, haben sie nicht wirklich verstanden, sie hatten nicht die Chance, das zu kapieren, das ist ein Skandal, so und wenn diese Phase sich ändert, heißt das, da kommt Licht, dieses Zwielicht weicht, die Dämmerung weicht, das bedeutet aber gleichzeitig, dass die Finsternis klarer erkennbar ist, das Licht ist klarer erkennbar, die Finsternis ist klarer erkennbar, so und jetzt gibt es Leute, Christen, die schauen in die Finsternis, stieren in die Finsternis, realisieren, da bewegt sich was, da passiert was und beschäftigen sich damit, was in der Finsternis gerade wieder ausgebrütet wird, ja, da passiert was, ja, da sind Bewegungen des Bösen drin, natürlich, ja, Verfolgung wird kommen, steht in der Bibel, kommt, aber wenn ich nur in diese Richtung schaue und nur meine, daher hole ich meine Informationen, habe ich nicht das ganze Bild und das ist ein Problem von diesen Leuten, die sich mit diesem Endzeithorror so beschäftigen, ja, die haben nicht das ganze Bild, die blicken, nur in eine Richtung einen Tunnel blicken, so, auf der anderen Seite ist das Licht, jetzt gibt es Leute, die schauen nur dahin und sagen, oh, die Herrlichkeit und alles ist super und nur gut, das ist schon mal wesentlich besser, als in die Finsternis zu schauen und auch viel realistischer, aber es ist auch nicht das komplette Bild, das komplette Bild ist, Licht und Finsternis parallel und es wird immer mehr sich annähern und die Leute werden wissen, ich gehe auf die Seite des Lichts oder ich gehe auf die Seite der Finsternis, Millionen werden, Millionen werden ins Reich Gottes kommen, Millionen, Millionen werden ins Reich Gottes kommen, aber es werden auch Millionen geben, die in die Finsternis gehen, es wird eine Separation geben, bis Licht und Finsternis ganz scharf, schwarz-weiß aneinander sind und das ist der Prozess, in dem wir uns befinden, so, man muss das ganze Bild haben, ja, in der Bibel lesen wir, Finsternis bedeckt das Erdreich, aber, über dir strahlt das Licht auf, das geschieht parallel, das ist zeitgleich, Finsternis und Licht, nicht wahr, so, und das ist das, was wir in Deutschland erleben und das ist ein großer Segen, wenn das Licht erkennbar ist und wenn die Finsternis erkennbar ist und die Leute sich entscheiden können, weil momentan sind sie alle in diesem Nebel, sag ich mal, in diesem Zwielicht und wissen nichts, ich sage mal, die meisten Menschen würden in die Verdarmnis fahren und haben keine Ahnung warum und das darf nicht sein, da kommt die Gnade des Herrn rein und das ist eben, dass das Licht kommt, Licht, 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 Licht über Deutschland, Licht und die Machenschaften des Bösen werden aufgedeckt, das wird für manche Leute extrem herausfordernd sein, und manche Leute, die heute in hohen Positionen sind, werden sich nicht mehr aus dem Haus trauen, weil Licht auf ihre Machenschaften kommt. Fällt mir eine Geschichte ein oder eine Begebenheit, Oberschüler haben vor vielen Jahren mal Folgendes gemacht, so als Aufgabe, sie haben einen anonymen Brief an so die Prominenz und Politiker und was so alles war in ihrer Stadt geschickt, nur einen ganz kurzen anonymen Brief, da stand drauf, es wird alles ans Licht kommen, es wird alles ans Licht kommen, die haben nicht geahnt, was das für Auswirkungen hat. Einige von den Leuten sind in psychiatrische Kliniken gekommen und zwei, glaube ich, haben sich umgebracht. Das konnten sie nicht ahnen, dass das solche Auswirkungen hat. Aber weißt du was? Es ist die Wahrheit. Es wird alles ans Licht kommen. Es wird alles ans Licht kommen. Vor dem Tron Gottes wird alles ans Licht kommen. Alles. Und wenn du darüber nachdenkst, dann ist das für die meisten Menschen keine gute Nachricht. Keine gute Nachricht. So, und wenn jetzt das Licht aufgeht und Dinge erkennbar sind, dann ist das super. Weil Menschen haben die Möglichkeit, das ewige Leben zu ergreifen, das Heiligen Christus. Und genau das ist es, worum es geht. Und genau das ist, was die Propheten vorhergesagt haben. Und genau das ist das, wo wir uns hinbewegen nach diesem Elenden 70 und 40 und 110 Jahren und was da alles noch so drinsteckt. Gerichtszeiten kommt zum Ende und wir gehen in etwas Neues hinein. Ja, der Herr hat Gnade geschenkt. 70 Jahre Deutschland. Gnade. Die Wiedervereinigung. Gnade. Er hat uns mit Israel versöhnt, was ein unermesslicher Segen ist. In Europa. Deutschland. Ja, kein Krieg und so weiter. Es ist, verstehe mich richtig, Gnade, Gnade, Segen. Zutiefst dankbar dafür. Aber es ist trotzdem etwas, wo wir jetzt in etwas Neues gehen. Wo jetzt die Zeit kommt, wo das Volk Gottes wieder aussteht. Wo das Volk Gottes in Position kommt. Wo wir unser Land einnehmen. Wo wir unser Erbe einnehmen. Wo wir wieder dahin gehen, was uns eigentlich zusteht. Ja? Wüstenwanderung ist vorbei. Gefangenschaft ist vorbei. Vorbei. Neues kommt. Richtig Neues. Und das ist das, was diese prophetischen Worte sagen. Ich habe zwei Bücher darüber geschrieben, die sich nur damit beschäftigen, was sagen Propheten über Deutschland. Und wie sieht die Ist-Situation aus. Und warum ist es toll noch möglich. Ja? Zwei Bücher. Und wenn du es nicht glaubst, dass Propheten da ein Wort für Deutschland haben, dann lies es. Lies es. Beschäftige dich damit. Und du wirst sehen, es gibt ein massives Reden Gottes über Deutschland, über Europa, über die ganze Welt, was kommen wird. Und das ist anders als das, was du in den Nachrichten siehst. Kein Zukunftsforscher der Welt kann sich ausmalen, was kommt, weil es ist im Übernatürlichen. Kein Zukunftsforscher hätte sich den Ersten Weltkrieg ausmalen können. Kein Zukunftsforscher hätte sich das Aufstehen der Nazis vorstellen können. Kein Zukunftsforscher hätte sich die Wiedervereinigung vorstellen können. Na und? Weil sie nur ihre weltlichen Informationen haben. Aber wenn wir im Geist sehen, dann wissen wir, Dinge sind möglich, die völlig unmöglich aussehen. Und ich möchte dir jetzt hier noch ein prophetisches Wort weitergeben von Dr. David Herzog, einem Amerikaner. Und zwar ist er schon ein bisschen älter, nämlich aus dem Jahr 2015. 2015, da hat er dieses aufgeschrieben und er war während der Zeit in Berlin. In Berlin, interessanterweise. Und er schreibt, ich bin in Deutschland, in Berlin und eine neue Begeisterung und Herrlichkeit liegt in der Luft. Letzte Woche, als ich anlässlich des 70. Jahrestages zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Süddeutschland sprach, begann sich die Herrlichkeit Gottes mit Heilung, Wundern und Errettung auszubreiten. Unsere ersten Abendveranstaltungen, zu denen Menschen aus ganz Deutschland und auch aus anderen Ländern kamen, waren ebenfalls unglaublich. Die Herrlichkeit Gottes war da, Heilung und Wunder geschahen, Menschen wurden errettet. Letztes Jahr, als ich in Österreich sprach, sprach der Herr zu mir, dass ein 70-jähriger Fluch über Deutschland und den deutschsprachigen Ländern gebrochen werden wird. Also 70 Jahre ein Fluch zum 70. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs. Das ist hier die Situation. Nach der Veranstaltung, bei der ich dies weitergegeben hatte, kamen Menschen ganz aufgeregt zu mir und teilten mir mit, dass es eine Prophetie gibt, die viele kennen und die besagt, dass nach 70 Jahren ein Fluch gebrochen werden wird, damit Erweckung kommen kann. Das war spannend zu erfahren. Dieser Fluch, der auf Deutschland gekommen ist, hielt sie, durch die Grausamkeiten des Zweiten Weltkriegs, die zu Blut vergießen und dem Holocaust geführt hatten, vor einer gewaltigen Erweckungsbewegung und Seelenernte ab. Die Schande, die an jenen Krieg gebunden war, hatte 70 Jahre lang Auswirkungen auf die Deutschen. Doch nun ist Gott gerade dabei, den Fluch in sein Gegenteil zu kehren, indem er dieses Land vergibt und es erlöst. Und er wird die geistlichen Augen von Millionen von Deutschen öffnen. Sie werden dieses Wirken Gottes über ganz Europa ausbreiten und wo sie einst Zerstörung anrichteten, werden sie nun Leben bringen. Ewiges Leben und Heilung und Wunder werden folgen. So wie Gott den Ruf des Paulus vom Mörder zum machtvollsten und effektivsten Apostel wandelte, also vom Saulus zum Paulus, so wird der geistliche Ruf Deutschlands, der einer Nation Gottes, der Erweckung und einer gewaltigen Missionare aussendenden Basisstation für die Welt sein. So wie Paulus, der die Gemeinde verfolgt hatte, also Saulus, der die Gemeinde verfolgt hatte, durch eine Begegnung mit dem Messias völlig verändert worden ist, und zum machtvollsten Apostel wurde, hinsichtlich dem Verfassen der Bibel und der Evangelisation und den Heiden, so ist der Ruf Deutschlands. Er sagt, das war mal eine Saulus-Sache, aber der Herr kommt mit Gnade und erhebt sie und sie sind in dem Sinne eine Paulus-Nation. Eine Nation, die diesen geistlichen Ruf hat. Und dann zum Ende hin schreibt er, Deutschland liegt im Herzen Europas. Der Herr muss Deutschland berühren, damit Europa die Fülle an Erweckung und Ernte bekommen kann. Deutschland ist eine Schnüsselnation. Wenn Deutschland einmal vollständige Erweckung erfahren kann, kann es ganz Europa entfachen. Bitte betet darum, dass diese Erweckung Deutschland trifft, damit Europa und die Welt eine neue Welle der Erneuerung, der Ernte und der Erweckung erleben können. Zitat von Dr. David Herzog. Damit Europa und die Welt eine neue Welle der Erneuerung, der Ernte und der Erweckung erleben können. Die Welt soll das erleben, was in Deutschland passiert. Und ich möchte jetzt hier schließen, meinen Vortrag mit einem, ja, einer Vision, einem geistlichen Bild, was ich vor wenigen Tagen hatte. Also, drei oder vier Tage ist das her. Während der Gebetszeit hatte ich die Augen zu und auf einmal sah ich so einen Hügel, grün, mit Gras bewachsen und weiter und oben stand Jesus. Und ich bin hingelaufen und ihm in die Arme gefallen, hat mich in die Arme genommen und ich habe da eine Zeit lang einfach so an einer Brust geruht und auf einmal, als ob es das Normalste von der Welt sei, sagte er zu mir, die Welt wird sehen, wenn Deutschland seine Knie vor mir beugt. Die Welt wird sehen, wenn Deutschland die Knie vor mir beugt. Das ist genau das, was hier dieses prophetische Wort ist. Die Welt wird es erleben, was hier passiert und was hier ausgeht. Menschlich gesehen sieht es nicht danach aus, aber im Geist sind wir dabei, eine Schwelle zu überschreiten, gerade jetzt, zum Ende des Jahres 2019, um in etwas völlig, völlig Neues hineinzugehen. Wir bedanken dir dafür, dass du uns solch ein wunderbares Vorrecht gibst, dass wir in dieser Zeit leben dürfen und dass wir hineintreten können in Zeiträume, die du vorherbestimmt hast, die neu sind, die anders sind. und wir proklamieren das, was du gesagt hast, dass hier Erweckung nach Deutschland kommt, Veränderung nach Deutschland kommt, Transformation nach Deutschland kommt, in die deutsche Christenheit hinein, ein echter Neuanfang, dass das, was die Propheten verheißen haben, hervorkommt. Daniel hat dieses prophetische Wort von Jeremia aufgegriffen, hat gesagt, es muss hervorkommen und das tun wir auch. Wir sagen, Herr, bring das, was deine Propheten verheißen haben, hervor und lass Deutschland zu einem erneut, zu einem Erstaunen für die Welt werden, aber diesmal nicht in Finsternis, in todbringendem Elend, sondern in deiner Herrlichkeit. Tatsächlich, wie ein Saulus zum Paulus. Herr, und wir preisen dich dafür, wir ehren dich dafür, wir danken dir für diese Zusagen, die du uns gegeben hast und darüber hinaus dem deutschsprachigen Europa und ganz Europa und davon weitergehend in die Welt. Herr, wir wollen einfach sehen, dass du dich verherrlichst. Wir wollen sehen, dass das Lamm die Frucht seiner Leiden erhält. Wir wollen sehen, dass Millionen und Millionen von Menschen hineinkommen in dein Licht. Und wir wollen sehen, dass das Dämmerlicht und die Finsternis immer mehr zurückgedrängt wird und Licht über unserem Land aufstrahlt, was es dringend, dringend benötigt. Herr, wir geben dir alle Ehre. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020